ja morgen sind und schon geht es weiter wir wollten ja jetzt mit reden also attacke was darf ich denn jetzt machen ja irgendein fundament für diese allianz gelegt hat soll mir jetzt mal langsam zu potte kommen man ich muss wirklich mal pipi seine neuste ausstellung zeigen das wollen wir nutzen so dass es in der vergangenheit zwischen uns ein klein wenig ärger gegeben hat mir nicht es ist eine gute gelegenheit und ich sage es ist zeit die herausforderung anzunehmen für aufsehen sorgen ok ja ich muss los doch noch drauf lari muss mal pipi was hatten ingelsdamer zu suchen und mir der ruft der verdienten dekans indem du so viele kunstwerke wie möglich besucht ist aber gibt auf den richtigen kunstliebhaber sweetwater 8 pinke mit string und vergesst nicht abzuschütteln bitte was na gut da wollen wir mal gucken siehst du wie ich meine ich behandel sie gut stimmt ich nehme sie mit zu kulturellen veranstaltungen und so winterland slim macht so eine scheiße nicht ach scheiße ist nicht ich werde besser weiter als kopf klatschnass warte bis er morgen eine ladung davon kriegt nimm das fischer wer zum teufel glaubst du wer du bist ich bin der beste wo ist denn wasser vor allem wo ist dieser sweetwater da ist nicht Du läufst besser weiter als Kopf. Verzieh dich besser. Sweetwater! Das ist doch kacke. Wer ist auf die Kunst? Das ist für den Sweetwater. Bäh! Das ist ja nicht blöd. Schon allein, weil die Stringtaste rechts gemeint ist. Da musst du steuern und dann musst du pissen. Macht das mal gleichzeitig. Ich werde mal kurz gucken, ob ich jetzt auch hier mit den Feiltasten eigentlich steuern kann. Jo, kann ich. Piep! Eins. Ach, der ist stellvertretender Dekan? Zwei. Hallo? Piep! Hallo! Flatschnass, warte, bis er morgen eine Ladung davon kriegt. Nimm das! Hör auf, so schnell zu laufen, du Trottel! Wie schnell zu laufen? Komm du doch erst mal her. Nimm das, Mr. stellvertretender Dekan. Kyle pissed auf die Kunst, wenn Sweetwater da ist. Yeah! Sweetwater. Du läufst besser weiter als Kopf. Hau ab, Freak! Flatschnass, warte, bis er morgen eine Ladung davon kriegt. So, wir brauchen Wasser. Wer zum Teufel glaubst du, wer du bist? Ich bin der Beste, hab ich doch schon mal gesagt. Du blütenweiße... Piep! Hör auf, so schweiß, du Trottel! Ah! Falsche Taste! Fuck! Ja, ich weiß. Geh weg. Ja, natürlich noch mal. Das wäre ja wohl, ihr lacht. Siehst du, wie ich meine... Piep! Behandle? Hey, Bruder, was ist das? Fischer! Scheiße! Haha, nimm das, Mr. Stellvertretender Dekan. Haha! Klatschnass, warte, bis er morgen eine Ladung davon kriegt. Keine Pist auf die Kruppe, wenn ein Sweetwater da ist. Ich pisse auf alles, auch wenn du da bist. Wo bist du denn? Verzieh dich besser. Haha, nimm das, Mr. Stellvertretender Dekan. Haps! Haha! Du läufst besser weiter. Halskopf! Hm? Klatschnass, warte, bis er morgen der Ladung davon kriegt. So, Wasser? Na komm, laufen wir sie schneller. Keiner pisst auf die Crossroads, Riepwater da ist. Nimm das, Fischer! Nimm das, Riepwater da ist. NAAA! Das kann doch jetzt nicht Warzenschwein sein, das letzte Bild. Oh, wie oder was? Ja, ja, wir machen. Machen wir es halt leichter. Pfe. Ja, nur mal. Ich werde das ja wohl gebacken kriegen. Piep! BIEP! Das kann doch jetzt nicht Warzenschwein sein. Siehst du, wie ich mein... Piep! Behandle? Hey, Bruder! Nimm das, Fischer! Scheiße! Haha, nimm das, Mr. Stellvertretender Dekan. Du blütenweiße... BIEP! Oh, ich komme immer auf die Scheiß... Taste! Wer zum Teufel glaubst du, wer du bist? Habs! Haha! Klatschnass! Warte, bis er morgen eine Ladung davon kriegt. Du läufst besser weiter als Fischer! Ja, meich! Kommt der IG Oma Juro? Hör auf, so schnell zu laufen, du Trottel! Wer hier ein Trottel ist, du Trottel! Keiner pisst auf die Kunst, wenn Sweetwater da ist! Harz! Haha! Du läufst besser weiter als Sweetwater! Klatschnass! Warte, bis er morgen eine Ladung davon kriegt. Komm her, hier! Wer zum Teufel glaubst du, wer du bist? Ich bin der Beste. Verzieh dich besser! Nimm das, Fischer! Uiuiui! Ei, 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 ei! Piep! Sweetwater! Haha! Nimm das, Mr. Stellvertretender Dekan! Komm her, hier! Hör auf, so schnell zu laufen, du Trottel! Verzieh dich besser! Das kann halt nicht wahr sein! Warum treffe ich diese Scheiß-Bild? Du bist im Teufel glaubst du, wer du bist! Sweetwater! Geht doch! Mann! So'n Scheiß hier doch! Schwere Geburt! Ehrlich mal! Das Spiel ist so leicht! Du darfst ja keinen zumuten hier! Mr. Lovic! Ja! Wurde für alles mit einem Höchstmaß an Professionalität gesorgt? Na aber, sicher! Oh Mann, was für eine Erleichterung! Exzellent, Mr. Lovic! Ich werde mit Ihrem Herrn Radka in Kontakt bleiben, um weitere Pläne zu diskutieren. Machen wir schon! Ah, ich sag dir was! Kommt zur Angstzone drüben beim Morgenständer Wohnheim! Radka ist sehr vorsichtig, er gibt sich nie zu erkennen, aber ihr könnt durch die Tür miteinander reden. Ah! Höchst clever! Sehr gut! Mhm, 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 mhm! Da bin ich ja mal gespannt! Weißt du, es wäre schön, wenn Larry jemand einer Schnecke angeben könnte, ohne zu lügen. Das sind die Balkenbiegen! Ja, 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 ja! Vielleicht das nächste Mal! Mr. Radka? Jaaa! Ich bin Radka, rücksichtsloser Anführer der finsteren Horde! Das kann da jetzt nicht wahr sein! Wer wagt es, meinen Jahrhundertschlaf zu stören? Ich bin's Tilly, Sir! Tilly Cruxshanks! Also, sieht so aus, als Tilly ist wieder, mein tapferer Freund! Was machen Sie in meinem Hoheitsgebiet? Sir, ich komme, um eine Beschwerde vorzutragen. Ihr prüft meine Geduld! Die, die mich verraten, wird ein rascher Tod erheilen! Sir, ich will nicht anklagen, aber ich fürchte, Ihre Gesellen sind der Grund meiner Beschwerde. Sieh, Ihre Söldner haben versagt. Abraham und ist so gut und munter wie ein Pferd. Genug deiner Lügen! Hier, ein kleiner Vorgeschmack meiner überlegenen Technik. Barser Power! Jaaa! Beherrschen Sie sich, Sir! Mir wurde von Ihrem Geheimdienstberater Mr. Lovic versichert, dass die Angelegenheit mit dem stellvertretenden Dekan Abrahams und erledigt wird. Das ist doch kacke! Trottel! Er hat den Fehler gemacht, dich als seinen Nachfolger zu wählen! Ungeachtet dessen gibt es wichtiger... Oh, ist das schwer! Wenn Sie mir erlauben, mit der Tür ins Haus zu fallen, ich befinde mich in einer Art Zwickmühle und bedarf noch einmal Ihrer Dienste. Hm. Du schweinsgesichtiger kleiner Wurm! Wer würde es wagen, den großen Radgar zu betrügen? Als Gegenleistung für Ihre Unterstützung kann man sich in beachtlicher Bewaffnung versorgen. Plutonium-Bomben, Landminen, Heilsender-Torpedos... Ja, es ist nun Zeit, zurückzuschlagen. Sicherheit ist, der größte Zauberer des Landes. Dann haben wir eine Vereinbarung? Ein Raumschiff mit Sklaven wird morgen zu den Minen von Copena aufbrechen. Und wie dumm, dass du mich getroffen hast. Ich rieche Ärger. Ganz der Weite hier. Ja, Entschuldigung, aber ich muss jetzt wieder, ne? WSCH, kennst du? Ich möchte mal wissen, wer sowas... Wer sowas schafft, ohne zu schummeln? Ne? Kannst du ja mal in den Kommentar schreiben, wenn du es geschafft hast. Also ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. So, mal kurz endlich erleichtertum. Der Fernseher steht ja hoch genug, da können wir ja gehen jetzt zündeln. Mein Selbstvertrauen ist natürlich sowas von unten. Aber was soll es? Da muss man halt drüber... äh, mit Leben. Bitte komm zu mir, ich habe ja eine Aufgabe für dich. Was denn noch? Verkommene Straße. Ey, die scheucht uns aber auch von A nach B, ne? Links, rechts, hoch, runter, rein, raus. Ey. So viel Stress. Und wofür? Pfui. Ist ja schlimm. Na? Hey, Fremder! Ja. So, verkommene Straße. Na ja, wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Wenn ich da jetzt lang gehe, muss ich eins, zweimal. Wenn ich da lang gehe, muss ich eins, zweimal. Es nimmt sich nichts, in welche Richtung. Egal. Äh. Richtung egal. Wo gehen wir lang? Was meinst du denn? Ich glaube, wenn wir jetzt durch die schicke Straße gehen, das ist kürzer. Vom Laufen her kürzer. So, gehen wir hier durch. Da gibt es lecker Pizza oder ist das Kuchen? Ne, ich denke mal, es ist Kuchen. Ja, Keks, da steht es ja. Für ganz Doofe steht es auch noch ganz groß da. So. Dann laufen wir doch mal schnell rüber. Und. Gucken wir mal, wo die ist. Mensch, da ist er ja, aber doch. Mensch. Macho Man Randy Savage. Ach ja, Ladezeiten. Bin ich euch liebe. So, wo ist es denn? Da hinten steht es ja doch. Rennen wir gleich mal quer durch. Ach ey, guck mal hier. Naja, das können wir uns so antun. Und wenn du die ganze Nacht mit Rock'n'Roll verbringst und die Tage durchfeierst, dann empfehle ich diesen kleinen Talisman. Dieses etwas weit hergeholte Anhängsel ist die Zunge von Gene Simmons. Ich habe sie mir von einem teuflischen Spötter angeeignet, der vom globalen Feministinnen-Netzwerk und dem Nationalverband der Rockkritiker bezahlt wurde, sie zu erwerben. Mh-hmm. Im Ring. Aha. Okay. Ja. Man könnte ja mal gucken, was das überhaupt ist, ne? Äh, wo haben wir das? Tut, 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 tut. Da, 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 da. Es gibt einer Fähigkeit zu rocken äh, mystischen Bonus. Aha, aha. Club-Se Zeus. Ja, und das Ding. Okay. Gut, da ist Tiny. Aber bevor wir wieder mit Tiny reden, können wir mal wieder eine kleine Pause machen. Weil, Zeit vorbei und deswegen, ne? Kenmoor. Gut, da sage ich mal, butas du. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und natürlich bewerten nicht vergessen. Und dann bis denne dann.